Ich bin mir bewusst, dass ich mich mit dieser Aussage in Gefahr gegeben habe. Denn die Macht, die liegt in der Hand von Jennifer. Aber das ist mir egal. Jesus ist Phönix. Mark Bellinghaus ist Phönix. Der Kleine, missbrauchte Sigi ist jetzt frei. Amen. Siegfried Schmidt-König, Mark Bellinghaus. Amen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017